Herzlich Willkommen in der Hair Lounge! Kommen Sie mit auf eine kurze Reise durch unseren Salon. Die hellen, lichtdurchfluteten Räume laden Sie zu einer angenehmen, entspannenden Zeit ein. Lassen Sie sich bei einer Kopfmassage verwöhnen, um sich anschließend nach der Beratung den typgerechten Haarschnitt machen zu lassen. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch die passende Farbe sowie eine große Auswahl an hochwertigen Extensions der Marke Great Length. Durch ständige Seminarbesuche ist unser Team immer mit den neuesten Trends vertraut und begleitet Sie durch individuelle Techniken und trendgerechtes Fachwissen zu Ihrem persönlichen Traumlook. Als besonderes Highlight bieten wir einen Homeservice für Hochzeiten an, damit Sie einen Ihrer schönsten Tage im Leben ganz relaxed angehen können. Unser Angebot umfasst neben der optimalen Frisur auch das passende Make-up sowie eine Auswahl an verschiedenen Haaraccessoires. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 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 Bis zum nächsten Mal.